Das ist nur ein Waffe. Du meinst, er sitzt mit Endes oben, ne? Das ist traurig nicht. Nicht mit dem Arsch ritten. Das ist nur ein Waffe, das gefährlichste Instrument, das wir besitzen. Das ist die Waffe, was Dero jetzt spielt in seinem Waffe. Die Bonsa ist dran. Die tut man so, die ist nörder. Die kann mehr. Theoretisch. Die klingt verzerrt total geile Scheiße. Ich hör doch gar nicht. Sollt ihr vorne schon was? Nein. Dann müsst ihr euch selber unterhalten. Ähm, sing doch mal was. Sing doch mal was. Das war super. Du bist ganz groß. Du liegst voll raus. Was ist da aus hier? Ja. Na mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Früher wurde ja akustisch gespielt. Da war die Stadt noch klein. Na? Ich könnte jetzt das Mikrofon davor halten. Aber dann... Ich weiß... Ich sag mal so. Im Moment bekommt ein Schock, wenn es plötzlich so einem großen Mikrofon gegenüber treten muss. Es ist gefährlich gewohnt. Ich kackele an meinem Winkelstecker. Ich drücke mal drauf auf den Winkelstecker. Ich drücke mal drauf auf den Winkelstecker. Da kommt mal gar nichts. Und von daher geht es auch noch. Der Vogel ist tot. Auf. Haaa! Juhuu! Das ist so schön. Hat ja echt so richtig ausgenommen. Ich wäre... Und ich freue mich, kein mein Störgeruch. Zu laufen, zu laufen, zu laufen. Gut dann, ich bin hier. Okay, go for now. Yes, y'all. 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 Yes, y'all.